Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen endlich wieder zurück bei Fortnite. Mein Name ist Bulsar und bevor wir richtig loslegen, möchte ich mich ganz recht herzlich bei euch allen entschuldigen, dass die letzten zwei Tage gar nichts passiert ist, dass ihr weder was von mir gehört noch gesehen habt. Ich musste leider aus persönlichen und privaten Gründen die letzten zwei Tage pausieren. Ich hatte nichts vorproduziert, sodass ich auch nicht euch Folgen liefern konnte. Es gibt einfach, und das werdet ihr mit Sicherheit entweder auch schon mal erlebt haben oder irgendwann mal selbst erleben, Situationen im Leben, wo ein Hobby wie YouTube, die Videos und das Streaming ja für mich noch ist, ganz einfach, ganz, ganz schnell in den Hintergrund tritt. Und dieser kleine Vorfall, was heißt kleine, für mich bedeutsame Vorfall, der passiert ist, hat mich einfach gezwungen, eine Pause einzulegen, zwei Tage lang. Und jetzt bin ich wieder bereit und habe wieder etwas Kraft für neue Folgen. Und deswegen spielen wir heute radiofreies Blankerton, wird unsere erste Mission sein nach der kurzen Pause. Und auch sorry, dass der Stream ausgefallen ist, es tut mir unheimlich leid, dass wir den Start der fünften Season verpasst haben. Es war auf der einen Seite ärgerlich, aber es war für mich einfach nicht machbar. Ich habe noch in das letzte Video einen gepinnten Kommentar drunter geschrieben, dass es keine Videos geben wird, bis auf weiteres, aus persönlichen Gründen. Ich glaube, das hat aber keiner gesehen, beziehungsweise habe ich darauf keine Reaktion erhalten. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Jedenfalls bin ich jetzt froh, dass ich euch heute wieder eine Folge präsentieren darf. Und wie gesagt, wir spielen jetzt radiofreies Blankerton in einer Plus-23-Zone. So, und da ich ja gelernt habe und aus Gründen, ja, spielen wir jetzt hier spielen, im öffentlichen Modus, repariere den Schutzbunker, die Stadt Blankerton. Vermutlich nicht stark genug, aber da wäre ja jeder mit... Oh, der neue Ladescreen, sehr geil, gefällt mir richtig gut. Fällt mir richtig gut. Zusammen heute mit Killer della Muerte und Panini Canarch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und Make Crazy, dann sind wir ja vollständig, dann gehen wir rein. So, verhinde die fehlenden Module, die auf dem ganzen Welt versteckt sind. Verteidige den Glotts-Bot, während er den Gegner nach versteckten Bots absucht. Hintere Gegner an der Zerstörung des Schutzbunkers. Ein überlebenden Schutzbunker in der Gegend wurde zerstört. Ach so. Ich habe den vermutlichen Standpunkt des Bunkers auf deiner Karte markiert. Okay, überdra... Gehe zum Schutzbunker. Okay, Übertragung, Übertragung, Studio-Ausrüstung gefunden. Müssen wir mal fünf Stück finden hier in der Situation, in der Situation, in der Karte. Natürlich, oh, natürlich weiß ich nicht, wie die aussehen. Und ich muss auch halt wieder... Oh, Feuer hängen. Idioten. So, was ist denn hier los? Natürlich muss ich auch jetzt wieder in alles reinkommen, in die Steuerung. Und ich habe wirklich drei Tage, fast... Nein, vier Tage eigentlich, habe ich gar nicht gespielt. Null. Ich muss in die Steuerung reinkommen, ich muss ins Gameplay reinkommen, ich muss in alles wieder reinkommen. Und das ist am Anfang eine Gewöhnungssache. Und ja, wir werden auch den Screen nachholen. Das glaubt mir keiner. Ne, das glaubt ja keiner, da hast du recht, komm her. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Und bis bald. So, während ich jetzt hier mal produktiv war, was machen die anderen? Bauen die schon am Schutzbunker rum? Begib dich zum Schutzbunker. So, wir müssen die Übertragungsstudio-Ausrüstung finden. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Deswegen noch abschließend ein paar Worte zu sagen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis gehabt, die zwei Tage. Wie gesagt, ich habe eine kleine... Oh, da. Ich habe eine kleine Info geschrieben. Allerdings vermute ich, dass die niemand gelesen hat, da, wie gesagt, keine Rückmeldung kam. Aber heute... Oh. So, das heißt, wir müssen diese Teile finden. Das ist das, wonach wir suchen. Und die gibt es nur in plus 23 Missionen. Das... Ah, guck mal da. Neben das, dass ich die vier Tage halt... Neben das, dass ich die vier Tage halt gar nicht spielen konnte, muss ich doch sagen, dass es mir gut getan hat, diese Zwangspause einzulegen. Ist hier irgendwo... Ach, guck mal da. Da ist noch eins. Dass ich, wie gesagt, wieder ein bisschen Kraft geschöpft habe. Dass ich bereit bin für neue Aufgaben. So, ich hinterstahne immer gerne mit. Ich hätte hier den Sauggeber, dafür habe ich keinen Nerven. Und es geht jetzt einfach... Vermutlich so normal weiter wie vorher auch. Äh, oh. Halt jetzt an. Was hat der denn her? So, wir machen mal zu. Danke. So, wir trockten der Schweiß von der Nase. Es ist auch wieder so heiß draußen. Oh, ich habe eine Vermutung. Eine Vermutung. Ihr kennt die Vermutung. Wer kennt die Vermutung? Wer kennt sie? Der darfst du in die Kommentare... Ups. In die Kommentare schreiben. Und zwar jetzt. Ich verteidige den Sauggeber. Schaffen die das? Nee, schauen sie nicht. Der Pulsar hat ein Lager gefunden. Mit Überlebenden gerätet keiner vielleicht zurück. Hm. Ähm. Oh. Passt auf, Leute! Oh, ist auf. So. Stufe 16 kann ich schon richtig schön selber aufs Maul hauen. Dank der starken Waffe meiner großartigen Zuschauer, die mir so tolle Waffen geschenkt haben. Es ist einfach unfassbar, dass ich da alles bekommen habe. So, und ich, wie gesagt, bin auf der Suche nach dieser Ausrüstung. Und ich habe, wie gesagt, eine kleine Vermutung, die mir jetzt schon in der Seele wehtut, das euch auch zu sagen. Damit der, der mich kennt und weiß, wer ich bin, der weiß, was ich meine. Weißt du es? Schreib es in die Kommentare. Komm, ihr wisst es. Nee, crazy macht Lärm. Da ist noch ein Ausrüstungszeichen. Was ist denn hier? Ah, da will jemand in die Höhe kommen. Vorsicht. So, du? Ja, guck mal da. War's das? Hallo? Tanz mit mir, Baby. Ich drücke mich durch. Das war unglaublich. Kaum zu glauben. So, haben wir. Ah, guck mal da. Vielleicht haben wir Glück. Und meine Befürchtung bewahrt sich doch nicht. So, dann gehen wir mal erst noch in diese Gegend. Vier von fünf. Natürlich wird das Spiel, ich vermute. Das Spiel wird uns nicht wohl gesonnen sein. Und meine Vermutung wird wahr. Ich dachte schon, okay, bei drei hört's auf. Hier geht's ganz schön tief hinab. Wo waren wir denn noch nicht? Da, rechts. Springen ist natürlich doof. Hab ich... Achso. So, hier möchte ich nicht runterfallen. Hier oben ist nix. Dann schlage ich vor, gehen wir in diese Richtung. So, einmal haben sie es verteidigt bekommen. Sehr schön. Aktiviere den Saugheber erneut. Boah, ich bin so am Schwitzen. Und es ist gerade viertel vor zehn morgens. Ich habe mir heute übrigens einen Tag freigenommen. Es ist Freitag. Die Folge kommt heute raus. Ich habe mir einen Tag freigenommen. Aus, wie gesagt, den eben genannten Gründen. Und da habe ich mir gedacht, nachdem ich meine, sozusagen, meine täglichen Herausforderungen gemeistert habe, nehm ich für euch einfach mal wieder eine Folge auf, weil es vorher einfach in den vergangenen drei, vier Tage nicht machbar war. Es war einfach... Was schreit denn da? Es war einfach nicht möglich. Ich war kräftemäßig nicht in der Lage. Ich war vom Kopf her nicht in der Lage... Kann ich hier runterfallen? Ja, kann ich. Ich war vom Kopf her nicht in der Lage... Warum kann ich das nicht hier dran bauen? Geht das nicht? Scheiße, ich habe noch eins. Was sind das für Bereiche? Es war... Oh, jetzt läuft der auf einmal schneller. Das ist manchmal so seltsam. Da fängt der auf einmal an zu rennen. Liebe Klopp. Wauen die um den Schutzbunker rum? Ne, um den Saugheber bauen die rum. Okay. Sorry, ich habe dafür keine Zeit. Ich muss Ausrüstung sammeln. Aber ich glaube einfach... Ich glaube, das war's. Ich glaube tatsächlich, wir müssen noch eine Mission machen. Das ist doch zum Kotzen. So, ich räume mal hier... Äh, Kumpel. Da bin ich, hallo. So, ich glaube, ich lasse die mal... Ich habe die mal jetzt eliminiert. Steine können wir keine mitholen. Einfach, um das Risiko zu ein bisschen minimieren. So, und wir müssen den Schutzbunker verteidigen. Äh, toll. So, da hinten ist noch einer von den Big Bosses. Lad mal nach. Ja, kannst du in Ruhe mal tun. So. So, guck mal, wie elegant der ausreicht. Zack. So, ich grase halt hier jetzt einfach mal noch die Gegend ein bisschen ab. Vielleicht in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch irgendwo einen finden. Aber ich glaube einfach, guck mal, die Karte ist fast da unten noch. Die Karte ist fast komplett aufgedeckt. Wir hatten jetzt einen noch in grünen gefunden. Ich dachte, die gäbe es halt nur in der Stadt, in irgendwelchen Gebäuden drin. Aber vermutlich gibt es die auch draußen in grünen. Hier ist unser Spawnpunkt, wo wir eben gespawnt sind. Als Kapitanos kann ich eigentlich... Oh, das wäre eigentlich mal lustig. Hm. Wie geil. Ich liebe das. Es hat zwar keinen getötet, aber es ist ein geiler Effekt. Da. Ruhe ist. So, da geht es noch hin. Ich glaube, es würde uns auch unter uns anzeigen, wenn da was ist. Nee. Das Spiel. Da ist der Schutzpunker. Lass uns mal noch ein bisschen... Das Blue Glow brauchen wir... Ach da. Brauchen wir Blue Glow später. Um den Schutzpunker irgendwie zu aktivieren. Nee, du Leute. Ich habe echt die Befürchtung, dass wir noch einmal einen... Oh Gott. Das ist jetzt... Enthüllungsjahr. Dann haben wir die ganze Karte enthüllt. Das bedeutet halt im Umkehrschluss... Oh. Da unten ist Blue Glow. Das bedeutet einfach im Umkehrschluss, äh... Ja. Das hier sonst nichts mehr ist. Schade. Hier baue ich mir noch ein bisschen Metall ab. Das ist schon mal gut. Okay. So, und ein bisschen Holz gebaut, dass wir wieder rauskommen aus der Hülle. Höhle, 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 wie auch immer. So, die da lasse ich mal in Frieden. Frieden? Was sind das da überhaupt? Was ist das? Hä? Ein Spielplatz? Nee, irgend so ein scheiß Park. Ach, da ist der Schutzpunker. Alles klar. Du hast den Schutzpunker erreicht. Starte am Schaltpult die Diagnose, um zu sehen, was nicht stimmt. So, empfehlen das Baulevel. 105. Ich baue mal noch ein bisschen Metall ab, da ich vorhabe, den Bunker aus Metall zu bauen. Oh, hier kann man Bliebkasten durchs U-U-U. Oh, Bliebkasten für andere Leute. Kann ich hier vorbeibauen? Ja. Nein! Oh, ich bin so ein Idiot! Vielleicht soll ich so rumbauen. So, die Karre, die schrieme ich erstmal aus dem Weg. Ja. Ja. Ach, der Make Crazy ist auch dabei. Stopp. Die Telefoninstelle müssen wir noch durchsuchen. Also, da ich jetzt nicht das vermutlich... Ähm. 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 Wo läuft der hin? Ja, geh weg. Da ich vermutlich, ähm, nicht das letzte Teil finden werde. Das, welches wir noch suchen tun, täten. Ähm. Der kann weg. Der kann weg. Ähm. Machen wir folgendes. Ich werde dann, wie immer... Ihr kennt das ja schon von mir. Ähm. Das fehlende Teil nicht nochmal als Video zeigen. Ihr wisst, wonach wir suchen. Das heißt, ich werde offscreen diese eine Mission alleine fertig machen. Und dann euch die neue... In der neuen Folge... Können wir das mal sehen? Dann euch in der neuen Folge präsentieren. Lasst unsere Festung in Ruhe! So, hier machen wir mal ein Upgrade dran. So, dass die mal ein bisschen verstärkt sind. Ähm. Werde euch dann nicht präsentieren, wie das Ganze... Nochmal das eine... Nur für das eine Teil zu suchen. Sondern ich werde einfach euch, äh... Die nächste Folge halt ganz, ganz neue Mission zeigen. Was will der Killer Della Muerte sagen? So. Der Todeskiller heißt das, glaube ich, oder? Auf Deutsch. Ich bin des Spanischen nicht so bewandert. So. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Was natürlich noch ein Problem sein könnte, ist... Hier sind diese Rotzmauern, ne? Die sind natürlich scheiße. Das, was bringt. Hier noch ein bisschen Metall unnötigerweise sammeln. SSQQQZQ. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Macht er die noch stärker? Ja. Ja, guck mal. Von 1500 auf 2450. Die kann man nochmal upgraden für 27 Stahl. Oh fuck. So. Geh mal hier hoch und bauen auch noch ein bisschen Autos ab. Das ergibt, wie wir mal... ...ziegel, die wir nicht mitnehmen können. Ich möchte das trotzdem weg. Das ist Unrat. Das braucht kein Mensch. So. Ich guck jetzt nochmal auf der Karte, ob wir hier noch irgendwo eine Position gefunden oder gesehen haben, die wir noch nicht... ...wo noch nicht da waren. Die wir noch nicht 100% ausgeleuchtet haben. Normalerweise... ...können wir noch in diese Richtung kurz gehen. Da ist noch eine winzig kleine Zone ausgegraut. Aber ich glaube, wenn da was... Was war das? So. Wenn da was wäre, würde uns das System das anzeigen. Also hier. Natürlich direkt in der... ...in dem Nest vorbei. Töte alle Gieten am Lager. Ja, lass den... Oh, oh. Habe ich dir jetzt auch nicht gezogen? Ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen, lass dir ruhig mal laufen. Nee, hier ist nichts mehr. Hier ist einfach gar nichts mehr. So. Nee, das hat keinen Sinn. So. Die Affen kommen hier hinterher. Ja. Diese Feuerhüllen sind schon geil. Bekomme ich aber glaube ich jetzt nicht mehr angerechnet, soweit ich das weiß. So, der Make Crazy, der räumt ja gerade mal ein bisschen auf. Finde ich gut. Muss ich echt wegen dieser einen... ...dieser einen Ausrüstung das Level... ...ein anderes Level normal machen. So kann man es natürlich auch machen. Das war ein Treffer. Holz kann ich nicht mehr nehmen. Noch ein bisschen Gluglow. Panini-Canarge. Ich hoffe, wir haben es bald, Freunde. Hä? Mach'n? So. Ich rot'n. ich springe mal ein bisschen rum sind wir denn fertig das ist überhaupt noch eine möglichkeit in den bunker reinzukommen ich habe keine ahnung so wie kann ich den scheiß punker benutzen repariere den schutzbunker hier ist doch einer modul 1 habe ich gefunden ok das heißt wir müssen jetzt zeit bis zum nächsten überfall so wir müssen die ganze müssen das finden also wir machen das so da wir schon über die zeit da wir schon über die zeit hinaus sind die wir brauchen für die werden normalerweise immer anrechnen für eine folge schneide ich das naja so zusammen was geht denn hier ab modul wurde installiert der schutzbunker ist jetzt besser installation des nächsten moduls hat begonnen also ich wollte gerade sagen wir machen das wie immer war scheiße bin ich hingefallen so wie gesagt ich schneide das näher so zusammen dass wir das ende noch gemeinsam sehen können bis dahin bis gleich so und herzlich willkommen zurück bei der letzten das wollte ich euch dann noch zeigen verteidigen schutzbunker während der hochwert vier minuten lang müssen jetzt hier noch ums überleben kämpfen das wollte ich euch dann auch noch die belohnung rein das so viel zeit muss einfach sein so unnötigen nebel monster heißen wir sogar so und wir haben noch vier minuten zu überleben zu überstehen wo der wird das hört auf unsere feste ran zu kalten idioten da unten geht es schon zu lachen das ist nicht gut das ist nicht gut verteidigt da hat jemand scheiße gebaut doch all der nächste kommt sofort lalalala so da brauchen wir auch zu man 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 hat er jetzt schaden genommen so die greifen hier an wann falle machen wir mal den hin so da kommen die nächsten idioten ich will mal hier so ein bisschen besser zu verteidigen das bunker wird immer noch gespannter also unübersichtlich mit diesem scheiß parkhaus so und ich habe halt keinen überblick ob da irgendwo von oben oder von unten werfer rein ich vermute einfach die verteidigung spielt sich irgendwie halt da hör auf die verteidigung wird angegriffen so seine waffe ist bald unbrauchbar ist mir egal so lädt er nicht nach unfassbar so die macht er weg so da hinten geht es noch zur sache also wie gesagt wir müssen ja wir brauchten erstmal ein bisschen um zu erkennen dass der ganze oh da geht jemand rein dass die ganze party quasi vorher statt so und die tanten ich hasse die es gibt zwei arten von so 60 sekunden bis der bunker online geht naja 60 sekunden ist noch eine lange zeit so und da hinten sind diese komischen diese scheiß so du musst erstmal weg so den meine ich die leuterer müssen auf jeden fall in die dinge weil der werft halt direkt die leute auf den bunker drauf so und diese kleinen viecher ich hasse die wie die pest so geh weg ja fliege der Rüderwesen alter nicht mehr für mich die falsche waffe nach sieben sekunden auch kommt her der schutzbunker ist jetzt einsatzbereit schleuderer 30 über schleuderen monster gesammelt da haben wir vielleicht doch noch einen kleinen erfolg erzielt Wir haben auf jeden Fall liebe Missionen gewonnen, Gott sei Dank. Nur 30 Minuten aufgenommen. Ihr werdet es dann nachher wahrscheinlich so 25-26 Minuten sehen. Die ersten 10 Minuten wahrscheinlich raus. 10 Minuten mittendrin. So, wir setzen fort. Ich bin gespannt. Wir haben natürlich die Ausrüstung nicht zu 100% gefunden. Wie sollte es denn auch anders sein? So, tägliche Bonus-IP. 1,7 Millionen. Sehr schön. Wir haben immerhin zwei Fähigkeiten erhalten. So, Truhe. Wieso kommen wir nicht über die Beute Level 2 hinaus? Ich wollte gerade sagen. So, und immerhin auf 5. Ich hatte gerade... So, Beute-Truhe. Nach Missionszusammenfassung wissen wir schon. Ich bin eigentlich schon. Erstmal durchschnaufen. Missionen haben wir geschafft. Sehr, sehr gut. So, Beute Level 5. Wir erhalten Anhänger, 76 Gold und Überleben in den P. Und wir erhalten Auftrag abgeschlossen. Loks, Monster, Schleuderer. Silbererz und rotierendes Teil. So, haben wir nicht geschafft. Wie gesagt, 4 von 5 fehlen. Der 5. mache ich so. Vielleicht zeige ich euch die Belohnung. Das wird wohl nicht so riesig sein. Das seltene Fernkampfverfahren. Das kann nicht das Maximum sein. Wir machen dann weiter. Wahrscheinlich. Ich komme... Ach, da komme ich die nächste Seite. Bei Sturmschiffverteidigung Nummer 3. Da brauche ich wieder eure Hilfe. Also, haltet euch bereit am Wochenende. Wer mitmachen will, darf gerne mitmachen. Hier bei Sturmschnitt 3 in Plenkerten. Wird eine lustige Sache. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Euer Pulsar. Und nochmal sorry wegen den Vorkommnissen. Bis dann. Ciao.